Kapitel 2 Engel Fast alle Menschen finden Engel toll. Egal, ob in Bildern oder Skulpturen, immer sind sie schöne, anzusehende Wesen. Vielleicht nimmst du dir beim nächsten Spaziergang in deiner Stadt oder in einer neuen Umgebung mal einen Moment Zeit. Schaue dich etwas achtsamer in deiner Welt um. Auch wenn es dir vielleicht nicht sofort auffällt, aber Engel sind überall und darüber hinaus auch immer für dich da. Tatsächlich glauben viele Menschen an die Existenz von Engeln, auch wenn sie persönlich noch nie einen gesehen haben. Ist das nicht witzig? Erstaunlich finde ich außerdem, dass selbst die Menschen, die Angst vor dem Jenseits haben, keine Angst vor Engeln kennen. Ganz im Gegenteil. In Engeln wird die Verbindung zum Himmel gesehen und das ist stimmig. Engel verbinden Himmel und Erde auf so wundervolle Art und Weise miteinander, dass dies nicht nur mich tief in meiner Seele berührt. Sie sind feinstoffliche, göttliche Geschöpfe des Lichts, die allzeit voller Liebe und ohne jegliche Bewertung für unser Tun sind. Sie stehen unserer Seele hilfreich zur Seite, um uns an unser ursprüngliches, universelles Wissen und die von uns innen wohnende Fülle zu erinnern. Gerne sind unsere himmlischen Freunde uns dabei behilflich, unsere Energien oder Schwingungen anzuheben. Das unterstützt uns dabei, das für uns Wesentliche im Leben zu erkennen und mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Ist das nicht wundervoll? Es mag sich furchtbar esoterisch anhören, aber unsere menschlichen Schwingungen sind im Gegensatz zu den Schwingungen der Engel und denen der geistigen Welt sehr langsam. Das kann ein Grund dafür sein, dass Engel als feinstoffliche Wesenheiten für die meisten Menschen unsichtbar erscheinen. Lass dich dadurch bitte nicht verunsichern. Das Sehen dieser Energiewesen wird meist überbewertet. Warum? Das erzähle ich dir später. Jeder, dessen erklärter Wunsch es ist, seinen Engel objektiv oder subjektiv zu sehen bzw. mit diesem zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, dessen Wunsch wird erhört. Auch geben uns diese hohen, kraftvollen Energieschwingungen bzw. die Frequenzen der Engel die Möglichkeit, unsere wesentlich niedrigeren Schwingungen zum Beispiel für eben diese Kommunikation anzuheben. Gerne helfen sie dir dabei, alte und negativ bewertete Emotionen und Gedanken oder nicht mehr passende Gedankenmuster zu verwandeln. Engel handeln stets aus göttlicher, bedingungsloser Liebe heraus, die sie für uns alle bereithalten. Liebe ist, wie du bestimmt schon weißt, die höchste universelle Energieform, die es gibt. Diese bedingungslose Liebe äußert sich in Achtsamkeit und Wertschätzung für alle Wesen dieser Welt, Seien es Menschen oder Tiere oder die Natur mit ihrer ganzen eigenen Harmonie. Liebe ist Lebensfreude und Leichtigkeit und insbesondere auch die Liebe zu dir selbst und die Dankbarkeit für das Geschenk deines Lebens. Engel haben im Gegensatz zu uns kein Ego. Deswegen stelle ich mir manchmal vor, wie sie lächelnd auf uns herabschauen und kichern, während sie unsere Handlungen verfolgen. Genau wie alles im Universum verfügen Engel über eine eigene göttliche Entscheidungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit. Ebenso wie du auch. Jeder von uns genießt dieses Recht der göttlichen Entscheidungsfreiheit, die er frei nach Belieben für sich selbst nutzen kann. Engeln fällt hierbei die Aufgabe zu, dem Erhalt und dem Bewahren des Universums zu dienen sowie zur Entwicklungsunterstützung der Menschen im göttlichen Sinne beizutragen. Ich denke manchmal, dass mit der Entwicklungsunterstützung für uns Menschen haben sich die Engel bei so viel Beratungsresistenz einfacher vorgestellt. Aber hier gilt, Engel bewerten nicht einmal das. Wenn du an die Existenz von Engeln glaubst, dürfen sie durch deine Erlaubnis und mit ihrer unsichtbaren Kraft die großen Helfer an deiner Seite sein. Sie kommunizieren mit dir zumeist über deine inneren Hellsinne und stellen darüber den Kontakt von deiner Seele zu ihrer Seele her. Als himmlische Begleiter bieten dir deine Engel Halt, Kraft, Schutz und Unterstützung in allen Bereichen. Sie versuchen alles, um dich auf deinem Seelenweg zu unterstützen. Gerne helfen sie dir dabei, dich zu erkennen, welch wundervolle und lichtvolle Seele du in Wirklichkeit bist. Besonders dann, wenn es wieder einmal richtig scheiße läuft. Ich weiß, dass dein Schutzengel zu jeder Zeit an deiner Seite ist. Egal, welche Entscheidung du triffst oder auch nicht triffst, die Engel sind zu jeder Zeit zugeschaltet und warten, bis sie dir helfen dürfen. Niemals lässt dich dein Engel alleine, noch würde er dich jemals verlassen. Über eine Art siebten Sinn helfen sie dir intuitiv, ohne dich in deiner Entscheidungsfreiheit zu beeinflussen oder zu beurteilen. Als universelle Wesenheiten können sich Engel frei durch Raum und Zeit bewegen. Dabei ist es ihnen möglich, jede gewünschte Gestalt anzunehmen und überall gleichzeitig zu sein, da sie nicht an irdische Materie gebunden sind. Ist das nicht geil? Überlege mal, überall gleichzeitig zu sein. Wie viele Menschen überfordert alleine dieser Gedanke? Über diese Fähigkeit verfügen im Übrigen neben unseren spirituellen Lehrern auch Verstorbene und alle anderen Wesenheiten der geistigen Welt. Selbst dir ist es möglich, den Raum und die Zeit zu überwinden, wenn du das möchtest oder für dich zulässt. Mag sein, dass du dich jetzt fragst, wie soll das gehen, überall gleichzeitig zu sein? Vor 20 Jahren hätte ich das genauso wenig verstanden wie du vielleicht jetzt. Heute weiß ich, dass alles aus Energie und Bewusstsein besteht. Selbst wir hier in diesem menschlichen Körper. Wir sind sowohl Energie als auch Bewusstsein. Du hast nicht wirklich geglaubt, dass du nur dieser Körper bist, oder? Die geistige Welt oder das Universum unterliegen keinen Gesetzen des Raumes oder der Zeit, so wie wir sie hier auf dieser Erde kennen und vor allem leben. Ein einziger Gedanke reicht aus, um sofort mit ihnen zusammen zu sein und ihre Unterstützung zu erhalten. Genau das kannst du alles auch erfahren, weil du ebenso ein unendliches universelles Seelenwesen bist. nur befindest du dich derzeit in einem physischen Körper mit dem ganzen Drumherum, was unsere Erde zu bieten hat. Engel aber sind reine und universelle lichtvolle Energien. Da der Mensch eine bestimmte Erwartungshaltung an die Form und an das Aussehen der Engel hat, nehmen Engel extra für uns eine solche Gestalt an. Sie tun das, damit wir verstehen, dass sie tatsächlich anwesend sind. Das ist doch geil, oder? Wir Menschen und unsere Erwartungshaltungen. Engel tun also alles, um uns bei ihrer Wahrnehmung zu unterstützen. Auch mit zusätzlichen Farben, Symbolen und Klängen erleichtern sie uns das Erkennen. Allerdings gibt es, wie gesagt, eine Voraussetzung dazu. Du musst deinen oder deine Engel auch wahrnehmen und oder mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Engel würden ihre Möglichkeiten und Kräfte niemals gegen Menschen, Tiere, Pflanzen oder andere Wesen im für uns negativen Sinne richten und darüber dem göttlichen Plan schaden. Sie handeln einzig aus Liebe und Mitgefühl heraus und begleiten dabei unseren Weg. Dessen darfst du dir allzeit gewiss sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Begriffe negativ oder böse lediglich menschliche Bewertungsformen darstellen, die es im gesamten Universum sonst nirgendwo gibt. Wir Menschen bewerten alles und jeden. Sonst tut das niemand im Universum. Aber später dazu mehr. Aus meiner Sicht ist es also völlig unerheblich, ob du religiös, esoterisch oder konfessionslos bist. Genauso unwichtig ist es, falls du glaubst, du müsstest medial begabt sein. Ich weiß, dass wir alle miteinander verbunden und dennoch gleichzeitig einzigartig sind. Jeder von uns hat die Befähigung und gleichzeitig die Möglichkeit, mit Geistwesen zu kommunizieren. Keiner ist hierbei besser oder schlechter. Wir alle sind universelle Wesenheiten, ob nun mit oder ohne physischen Körper. Die Frage ist, bist du dazu bereit, all diese Möglichkeiten für dich zu erkennen und zu nutzen? Das ist und bleibt allein deine Entscheidung. Selbst wenn du die Kraft und die Hilfe deiner Engel weder erkennst noch derzeit nutzt, sie sind bei dir. Das Universum unterstützt dich 24-7 zu 100% in allem, was du tun und tun möchtest. Egal, ob sich das für dich als die richtige oder die falsche Entscheidung oder als guter oder schlechter Weg herausstellt. Die Engel sind quasi 24 Stunden online und das ohne Netzausfall oder lange Ladezeiten. Im Alltag versuchen die Engel deine Wahrnehmung auf ihre liebevolle Art und Weise für dich und die für dich positiven Dinge in deinem Leben zu richten. Sie helfen dir dabei in jeder noch so großen Herausforderung, dem Mega-Scheiß-Moment, in dem du nur noch schreien könntest, das Geschenk, welches diese Herausforderung für dich bereithält, zu erkennen. Deine Engel helfen dir, dein Vertrauen in dich sowie deine Zuversicht und deine Liebe zu stärken. Ich freue mich, dass es immer wieder Menschen möglich ist, Engel aufgrund ihrer wundervollen Energien zu sehen, wenn auch nur vom Gefühl her. Täglich kommen weitere Menschen hinzu, die die Anwesenheit dieser Lichtwesen zumindest spüren oder hören können oder auch gerade weil Engel keinen physischen Körper besitzen. Stelle dir einmal vor, du hättest kein Bild im Kopf, wie ein Engel auszusehen hat. Was würdest du dann wohl wahrnehmen? Engel sehen tatsächlich für jeden Menschen anders aus. Wie genau würdest du also deinen Engel erkennen? Womöglich siehst du nur ein farbenfrohes Energiesammelsurium. Genau deshalb und um es dir leicht zu machen, zeigen sich deine Engel dir so, wie du meinst, dass sie aussehen würden. So meine Liebe und mein Lieber, jetzt bleib mir nur, dir viel Spaß mit deiner Engelkommunikation zu wünschen. Hierarchien An 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 dieser Stelle möchte ich dir einen kurzen Einblick in die Hierarchien der Engel und Erzengel sowie deren zugeordneten Aufgaben geben. Ich bin der Meinung, dass einzig und alleine die Absicht ausreicht, um erfolgreich mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass es möglich ist, auch ohne tiefes Wissen, um ihre Aufgaben und Hierarchien mit Engeln in Kontakt zu treten. Zumindest hat das für mich mehr als 50 Jahre wunderbar funktioniert. Sofern es dir wichtig sein sollte, die Hierarchien und Aufgaben wenigstens grob zu kennen, habe ich für dich hier eine kleine Übersicht zusammengestellt. Die Hierarchien der Engel sind nach Auffassung vieler Menschen in verschiedene Bereiche unterteilt. Sie existieren in unterschiedlichen Himmelsebenen. Diese sind benannt als Seraphim, Cherubim, Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürstentümer, Erzengel und Engel. Jedem Engel und jeder Himmelsebene sind bestimmte Verantwortungsbereiche zugeordnet. Die bekanntesten und meist geschätzten Engel sind neben dem persönlichen Schutzengel die Erzengel. Gerade die Erzengel werden von vielen Menschen verehrt und wertgeschätzt. In vielen Büchern werden die genauen Hierarchien der Engel sehr ausführlich beschrieben, falls du dich genauer damit auseinandersetzen möchtest. Aus meiner Sicht ist es wichtig zu wissen, dass es im Bereich der geistigen Welt oder des Universums keine Rangordnung gibt. Alles ist ebenbürtig und alles ist miteinander verbunden. Es gibt hier kein Besser oder Schlechter. Gott ist Gott oder Göttin bzw. göttliche universelle Energie. An dieser Stelle sei ganz kurz gesagt, dass Gott für mich kein alter Mann mit weißem Bart und langem Gewand ist, der mit ausgestrecktem Finger über uns Menschen richtet. Gott ist vielmehr eine Essenz der universellen Energie. Den Engeln sind alle irdischen Bereiche als Zuständigkeitsbereich zugeordnet. Alles, was auf der Erde lebt und existiert, wird von ihnen überwacht. Gerne helfen sie dir als Mensch, deine Energie oder Schwingung anzuheben und dich darüber an das bereits vorhandene Wissen deiner Seele zu erinnern. Dieses Wissen stellt die Erinnerung an das dar, was du wirklich bist. Ein wundervolles, ewiges und lichtvolles Wesen. Im ersten Moment mag sich das komisch anhören, aber wenn du darüber nachdenkst, wirst du die Schönheit erkennen, die darin steckt. Wir Menschen sind so viel mehr als nur unser Körper. Den Seraphim wird nachgesagt, dass sie die Engel mit den höchsten Energieschwingungen sind. Dagegen hat der persönliche Schutzengel niedrigere Schwingungsfrequenzen. Er beschäftigt sich mit unserem Schutz- und Wohlergehen und schwingt dicht in unserer Seelenenergie. Aber Achtung, das bedeutet keinesfalls, dass dein Schutzengel schlechter arbeitet als der Seraph. Niedrigere Schwingungen sind für mich als Medium näher an unseren irdischen Schwingungen. Deshalb lässt sich dein Schutzengel schneller wahrnehmen als ein Seraph. Ich selbst habe noch nie mit einem zusammen gearbeitet. Dennoch stelle ich nicht in Frage, dass es Seraphim gibt. Irgendwie müssen die Ebenen für unseren menschlichen Verstand, der für alles eine Erklärung sucht, beschrieben werden können. Vielleicht geht es dir auch so, dass alleine das Wort Ebene den Verstand fröhlich Stufen kreieren lässt, die unterschwellig vermitteln könnten, dass es so etwas wie hoch und runter, also eine Rangordnung gibt. In Wirklichkeit ist alles eine einzige Ebene, die in einer Linie nebeneinander und gleichzeitig verläuft. Es gibt in Wahrheit keine Zeitrechnung oder keinerlei Einteilungen, wie wir sie hier auf dieser Erde vornehmen. Versuche nicht, alles mit deinem Verstand zu verstehen, sondern höre einfach weiter. Wir müssen nicht alles verstehen, auch wenn unser Verstand uns das oft so vorschreibt. auch gibt es im Universum kein Besser, Schlechter, Gut oder Richtig. Alles ist quasi eine Ebene mit gleicher Wertigkeit. Bewertungen finden nur in unseren menschlichen Köpfen bzw. über unseren Verstand statt. In der geistigen Welt und im Universellen gibt es wie gesagt keine Bewertungen von Gut oder Schlecht. Alles gehört zu dir und ist aus universeller Sicht kein Fehler. Selbst wenn sich die Situation für dich verheerend darstellt oder völlig katastrophal anfühlt. Aber nun zurück zu den Engeln. Im Kapitel Hintergrundwissen habe ich weitere Informationen für dich zusammengestellt. Jeder Engel, egal auf welcher Hierarchie Ebene, erfüllt seine Aufgabe zum Wohle aller. Alle sind gleichgestellt und arbeiten zusammen. In der Hierarchie über den Schutzengel stehen als nächstes die Erzengel, denen bestimmte Eigenschaften zugeordnet sind. Erzengel, die Erzengel, die Erzengel, die Vielen Dank.